Wir wollen heute auch über ein sehr cooles Thema sprechen, nämlich über das Thema Würdest du eigentlich die Immobilie zu dem Preis, den du ermittelt hast, selbst kaufen? Leon, schwieriges Thema, aber auch ein lustiges Thema. Genau, ich spiele dir mal den Ball rüber. Du hast das Intro ja gesagt, würdest du zu deinem eigenen Preis kaufen? Ich schon, ich würde es schon machen. Herzlich willkommen zur nächsten Immolution-Podcast-Folge. Mein Name ist Heinz Brustbach und ich habe hier einen coolen Typen bei mir sitzen. Wir wollen heute auch über ein sehr cooles Thema sprechen, nämlich über das Thema Würdest du eigentlich die Immobilie zu dem Preis, den du ermittelt hast, selbst kaufen? Leon, schwieriges Thema, aber auch ein lustiges Thema. Ja, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, weil das ja jetzt mittlerweile fatale Auswirkungen hat bei den meisten, muss man tatsächlich sagen. Das Thema Immobilienbewertung, falsch eingekauft. Ich unterstelle jetzt einfach mal den meisten auch vielleicht mit dem Wissen, dass es eigentlich schwer werden könnte. Aber ich spiele dir mal den Ball rüber. Du hast das Intro ja gesagt, würdest du zu deinem eigenen Preis kaufen? Ich schon. Ich würde es schon machen, ja. Also man muss sich wirklich echt mal ein bisschen angucken. Also wenn ich jetzt mal so die Zeitspur mal so ein bisschen zurückdrehe. Also die Maklerschaft, die unterteilt sich ja wirklich in mehrere Lager. Es gibt die einen Makler, die eigentlich bis heute so gut wie gar keine Bewertung machen. Die gehen da so mit Pi mal Daumen Nummer rein. Ja, so wirklich Pi mal Daumen. Ja, also die, nur was wollen sie denn haben? Mal gucken, woher der Wind weht. Genau, mal gucken, woher der Wind weht. So, was wollen sie denn haben und so weiter. Und so, das ist das, das ist die eine Geschichte. Das sind natürlich die, die kriegen jetzt gerade, jetzt, die kriegen richtig den Arsch wohl. Also die kriegen richtig Haul. Aber die haben aber auch in der Vergangenheit in diesem Bewusstsein gelebt, dass sie halt, also das ist eigentlich so eine Art Trial and Error. So nachdem wir überhaupt, wir droppen einfach mal was in den Markt. Ein paar Nach-, ein paar Anfragen werden wir schon kriegen. Thema Anfragen war ja jetzt auch vor ein paar Monaten noch nicht so das große Thema. Ja, man kann halt wirklich sagen, so Juno, Juno 2022 ist so der. Hat sich das gedreht. Hat das Blatt komplett gewendet. Also das ist wirklich so, das ist der Stichtag im Prinzip. Und dann gibt es die anderen, die Bewertung zwar machen, aber natürlich dem Kunden auch nach dem Schnabel reden. Ja. Also dem Verkäufer nach dem Schnabel reden. Also das heißt wirklich sehr, sehr hoch bewerten. Was würdest du sagen, lass uns mal da direkt einhaken bei dem Thema. Was würdest du sagen, was denn der Grund dafür ist, dass die Leute denen nach dem Schnabel reden? Meinst du, es ist die fehlende Fähigkeit, das konfrontieren zu können, dagegen zu halten oder halt eigentlich professionell zu sein und aus professioneller Sicht zu sagen, hey, das wird so nichts, weil sie Angst haben? Also ich würde das jetzt gerne mal aus deinem Mund hören. Ich weiß es natürlich, aber was denkst du, woran es liegt? Also der Hauptgrund ist, also man muss unterteilen zwischen dem, was ist die Motivation und dem Fehler, der dahinter steht. Motivation ist ja klar, einfach den Auftrag zu bekommen. Genau, exakt. Das ist aber auch der Grund. Also das heißt, wir wollen wirklich ganz bewusst den Auftrag bekommen. Und es ist ja häufig auch so, dass mehrere Makler bei einem Verkäufer sitzen. So, und natürlich ist das, die Verkäufer, die können das ja nicht unterscheiden. Die Verkäufer, übrigens ja auch die Menschen, haben es schwer, Themen zu differenzieren. Das heißt, die sehen, ach ja, der sagt mir so und so viel. Also so nach dem Motto, der Makler bietet mir so und so viel, was ja kompletter Unfug ist. Also welcher Verkäufer oder welcher Makler kauft denn dann, da sind wir nämlich genau bei dem Titel von heute, wer kauft denn zu dem Preis, den man dem Verkäufer sagt. So, und da kann ich auch einem Verkäufer nur sagen, hey, frag doch mal den Makler, würdest du selber zu diesem Preis denn die Immobilie kaufen? Das tut nämlich natürlich, tut keiner oder das sind die wenigsten. Jetzt hast du aber ja gesagt, gut, das Ziel ist natürlich, den Auftrag zu bekommen. Aber trotzdem geht da ja eine Angst mit, weil wenn sie jetzt die Sicherheit hätten, dass sie den Auftrag bekommen, obwohl sie dem Verkäufer eben klar machen, hey, aus professioneller Sicht, so wird das nichts, wenn sie die Sicherheit hätten, dass sie dann trotzdem den Auftrag bekommen, dann würden die es ja machen. Also ist es ja anscheinend trotzdem irgendwo ein, wie soll ich sagen, ein fehlender Glaube an die eigene Fähigkeit, dem Verkäufer auch die richtigen Informationen zu liefern, dass er sich dennoch für den entscheidet. Ganz ehrlich, ich würde da gar nicht so tief, wird da gar nicht so weit gehen, ja. Also ich würde da gar nicht auch so tief drüber nachdenken. Das hat sich tatsächlich in der Entwicklung der Maklerschaft in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren, das hat sich irgendwie so entwickelt, ja, das ist, das hat sich so etabliert. Und das ist auch bei vielen einfach im Kopf hängen geblieben, ja. So, und die haben sich nicht weiterentwickelt, ne. Die haben also das Ganze nicht auf ein neues Level gebracht. Das ist einfach irgendwie drin, ja. So, deshalb kann man das eigentlich auch schon wegtun, dass Immobilienmakler, die meisten Immobilienmakler, das Thema Verkaufen und der Einkauf, also sprich, dass eine Kauf, also einen Verkaufsinteressenten wirklich umzuwandeln, so wie wir das verstehen, in einen zahlenden Kunden, also Leads to Sales, wenn wir es so sagen wollen, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Also schon gedanklich nicht und vor allen Dingen auch nicht unternehmerisch, das in der Abteilung, also in unterschiedliche Abteilungen zu betrachten und zu sagen, ich mache wirklich Kundengewinnung. Ja. Was bedeutet das? Natürlich ist das ein Verkaufs, der Teil ist Verkauf, ja. Das heißt, ich verkaufe meine Dienstleistung, Punkt Nummer eins. Aber das heißt auch, ich muss dem Verkäufer beraten. Ich muss den Verkäufer erklären, wie das Business funktioniert, also wie Immobilienverkauf funktioniert. Ja, klar. Und dazu gehört natürlich auch als Teil dieses ganzen Konzeptes dazu, dass ich ihm erklären muss, was eine Immobilie überhaupt wert ist, ja, was sie wirklich wert ist und was dahinter steckt und wie das Ganze funktioniert. Hier mal eine kleine Anekdote an der Stelle, ja. Also wir haben einen Kunden von uns, ich selber habe auch schon oft genug das Erlebnis gehabt. Ein Kunde von mir kommt, erzählt im Live-Call, sagt, pass auf, Heinz, heute ganz geile Geschichte. Wir haben eine Immobilie eingekauft, die war vorher, wurde privat verkauft. Und alleine durch die Tatsache, dass ich als Makler dem Verkäufer genau erklärt habe, es ging glaube ich irgendwie um 260.000 oder irgendwie sowas. Ja, kleine, kleine. Relativ klein vom Preis her. Kommt natürlich ein bisschen auf die Region an. Ja. Wollen wir jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Und alleine dadurch, dass der Makler jetzt den Auftrag bekommen hat, hat der Kauf oder hat einer der Kaufinteressenten sofort gecheckt, oh, jetzt wird es ernst. Und hat sofort ein Angebot gemacht, 5.000 über dem Preis und hat dann nochmal, ich glaube 10.000 oder 15.000 nochmal nachgelegt. Also wenn man das richtig macht als Makler, wenn man das wirklich cool macht und wenn man das beherrscht, wenn man jetzt nicht nur Verkäufer im Sinne von rhetorischen Fähigkeiten, sondern wenn man einfach ein geiles System hat, dann führt das automatisch dazu, dass das Ganze professioneller wird. Und wenn man dem Verkäufer, wenn man versteht, dass einem Verkäufer auch die Aussage seines Wunschpreises mal zu hinterfragen, ganz easy. Wie kommen Sie darauf? Wie haben Sie das ermittelt? Wie ist das zustande gekommen? Warum brauchen Sie diesen Wert? Weil wir wissen doch auch alle, der Wert der Immobilie, den der Verkäufer als Wunsch im Kopf hat, wie kommt er denn zustande? Ganz einfach. Erstens kommt er zustande, weil ich kaufe mir was Neues und die alte Immobilie muss so viel bringen, wie das Neue kostet, plus Einrichtung. So mal ganz salopp gesagt. Das ist eine Sache. Und so gibt es ganz viele kleine Facetten, wie Verkäufer auf den Wert, also auf den Wunschwert, den sie haben wollen, kommen. Nur der Makler muss sich auch mal trauen, die Frage zu stellen. Ja, das ist ja das, was ich eben angesprochen habe. Das ist ja genau das, was ich meine. Diesen Mut auch zu haben. Eigentlich das Mut nennen zu müssen ist schon Schwachsinn. Aber das halt einfach anzusprechen, wie es ist. Also machen wir mal, ein Podcast ist ja auch mal Tachles reden. Also ganz ehrlich, wenn ich mir so manche da draußen angucke, das ist wirklich echt lächerlich. Das ist wirklich an Unprofessionalität überhaupt nicht zu überbieten. Und noch krasser ist es, dass es tatsächlich, es kommt nämlich der zweite Teil der Firmen und das sind honorige Firmen. Ja, das sind wirklich bekannte Unternehmen, die tatsächlich der Verkäufer sagt, ja, ich will eine Dreiviertelmillion haben. Ja, ist ja gar kein Problem. Wir fangen mal mit, also Dreiviertelmillion, wir fangen mal mit 800 oder mit 850 an. Runtergehen können wir hier immer noch. Das sagen Makler. So ein Quatsch. So einen kompletten Unfug und Blödsinn. Also ich kann dir von einer Geschichte erzählen. Ein Kunde von mir von damals, der hat ein altes Kloster gehabt. Wirklich eine coole Immobilie. Ein ganz, ganz tolles Ding. Ich habe nicht mehr die Zahlen ganz genau im Kopf. Ich glaube irgendwie so 1,8 Millionen irgendwas in dem Dreh rum. Und eine Firma hat ganz cool gesagt, ja, da steigen wir mal mit 2,1 an. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe das mitbekommen. Genau. Ich weiß noch, was du meinst. Da warst du noch ein bisschen jünger als heute. Aber ich kann mich noch daran erinnern. 2,1, 5 Millionen glaube ich, ist diese Firma. Da hast du dich auch drüber aufgeregt. Darf ich mich da? Das kann eigentlich nicht wahr sein, ja? So und dann habe ich gesagt, also ich sehe das Ding bei 1,2, 1,3 Millionen. Also das wird klappen, ja? Aber mehr auch nicht, ja? So der Verkäufer hatte so irgendwie so salopp, so 1,6 glaube ich, im Kopf irgendwie sowas. Und irgendwie nach einem Jahr oder sowas habe ich mal nachgefragt. Das war jetzt auch jemand, den ich kannte. Und weil es auch ein bisschen weit weg von mir war, war ich jetzt auch nicht so scharf darauf, das selber zu vermarkten. Fakt ist, es ist natürlich nicht verkauft worden zu dem Preis. Es ist natürlich nicht vermarktet worden. Es war eine tolle Anlage. Es war ein tolles Projekt. Aber von der Lage und Preis hat einfach nicht zueinander gepasst, ja? Und es ist nur, weil es eine bekannte Firma ist, die bekannt ist eben für hochpreisigere Immobilien, ja? Da muss man einfach mal an der Stelle sagen, Leute, seid mir nicht böse, aber ihr seid ein Haufen von Stimpern. Punkt. Ein Haufen von Stimpern, die mit dieser Strategie an den Tag gehen und draußen sind immer noch genug Doofe, wirklich Doofe, ich kann es nicht anders sagen, Dummheit, gleich nicht wissen, ja? Weil nichts anderes ist Dummheit. Und kaufen diese Scheiße und kaufen das. Und da geht mir wirklich, da fange ich an, da kriege ich wirklich Flammen in den Adern, ja? Da gehe ich echt komplett drauf ab, ja? Das ist total durchgeknallt. Weil, verstehst du, das ist halt, so professionell wollen sie auf der einen Seite sein und so unprofessionell ist dann auf der anderen Seite die Arbeitsweise, ja? Und Verkäufer springen darauf an, ja? Weil die sind ja so fit in hochpreisigen Immobilien, ja? Sorry, das geht für mich nicht. Das ist für mich komplett ein No-Go. Und ich will auch keinem zu nahe treten, ja? Aber Wahrheit ist Wahrheit. Und da gibt es nichts dazwischen. Ja. Und das hat halt langfristig auch wirklich negative Auswirkungen auf deine Brand, auf deine Marke, ja? Ja, erst mal da so ein Zweifel. Vor allem, wenn du noch ein eigenständiger, kleinerer Makler bist, ja? Und eben kein irgendwie Riesenname. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, das müsste doch mittlerweile, also wirklich auch beim allerdümmsten Immobilienmakler angekommen sein, ja? Dass wenn ich oben anfange und permanent im Preis runtergehe, also jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt Fortbildung, erste Schulstunde, ja? Wirklich, jetzt meine ich ernst. Fortbildung, erste Schulstunde. Wenn ich den Preis hoch ansetze, ja? Und ich den Preis in drei Monaten dreimal senken muss. Und jetzt muss ich mich doch nur einmal in die Lage eines Kaufinteressenten versetzen. Und die Kaufinteressenten, die sind ja nicht dumm. Weil die sind ja informiert. Die sind ja seit Monaten auf dem Markt. Also jemand, der eine Immobilie kauft, ist in der Regel sechs Monate auf dem Markt. Sechs bis neun Monate ist der auf dem Markt. Das ist normal. Ich mag Ausnahmen geben, aber das ist die Regel. Der weiß doch, was auf dem Markt ist. Der guckt sich das doch an. Jetzt brauche ich doch nur dem Verkäufer sagen, lieber Verkäufer, jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie würden selber kaufen. Und Sie schauen sich die Immobilie an. Und die Immobilie, die Sie haben wollen, die Sie cool finden, die ist jetzt schon dreimal im Preis gesenkt worden. Was würden Sie denn da denken? Ja. Ist super, alles in Ordnung. Die Immobilie geht weg wie geschnitten Brot, oder wie? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also die Immobilie liegt wie Blei und die geht nicht weg. Also es muss doch irgendwas faul sein an der Nummer. Ist doch vollkommen logisch. So, das heißt also im Klartext, die Reise kann nur nach unten gehen und immer tiefer. Ja, jetzt lass uns mal den Sprung machen zur jetzigen Zeit. Weil jetzt ist das Ganze ja noch viel fataler. Naja, Leon, du musst ja alle... Also klar, du weißt, was ich meine. Weil jetzt ist ja die Anzahl der Kaufinteressenten nochmal, ist ja eine Käuferschicht weggebrochen. Absolut. Ja, durch die Inflation, durch die steigenden Zinsen und so weiter. Ja, genau. Was hat das denn jetzt für Auswirkungen? Es ist übrigens nicht nur die steigenden Zinsen, sondern was auch wiederum viele Makler gar nicht wissen oder wo die Leute auch nicht hingucken ist, dass zum Beispiel Leute, die ältere Immobilien, Renovierungs-, Modernisierungsbedürftige Immobilien, da sind auch Kaufinteressenten, wie die, ob das jetzt Fix- und Flipper sind, ob das Kapitalanleiger sind, ob das überhaupt welcher Käufer auch immer, die sagen, Renovierung, Modernisierung jetzt gerade, die Handwerker. Also wer jetzt nicht irgendwie einen Trupp von Handwerkern am Start hat für sich, die für ihn arbeiten permanent, der also wirklich auf normale Handwerker zurückgreifen muss, also nicht sozusagen Handwerker aus bestimmten umliegenden Ländern von Deutschland kommen und sozusagen einem das parat machen und schick machen und schön machen, der muss ja warten. Das heißt, die Handwerker, die haben die volle Auftragsbücher, die Handwerker haben keinen Zick, also keine Zeit auf Deutsch. Und auf der anderen Seite kommt ja noch dazu, dass Lieferschwierigkeiten ja da sind. Ja, Corona macht es möglich. Das heißt, Lieferzeiten dauern einfach länger, ob das Fenster sind, ob das Heizung sind, Heizkörper, bla bla bla, das dauert halt alles. Ja, und da haben die Leute keinen Bock drauf. Ja. Die sagen, hm, weiß nicht, ob ich mir das jetzt antue. Also da müssen die natürlich auch ein bisschen drüber nachdenken. Also ich muss schon mal so zwei, drei Dinge im Voraus mal überdenken und durchdenken. Und das Geile ist, bei Immobilien, wenn du genau hinschaust, kannst du ja genau sehen, was fluppt, was funktioniert und was nicht. Ja. Aber wenn in der Vergangenheit die Immobilienbewertungen so gemacht wurden, dass die erstens so nach dem Motto, wir halten mal die Bewertung in den Wind und gucken mal, was bei rauskommt, ja, oder machen halt die Nummer hier, dann ist das natürlich jetzt out. Weil die Problematik liegt immer im Einkauf. Ich habe jeden Tag aktuell ein Gespräch, das mir jeder erzählt, ja, ich muss in Nachverhandlungen jetzt gehen, mal gucken, wo das hinausläuft, ja, ob ich das gebacken kriege, weil das entscheidet jetzt über die nächsten Monate, Liquidität und so weiter und so fort. An der Stelle kurze Werbepause, wenn ihr in dem Moment wirklich gar keinen Bock auf sowas habt und interessiert an einem vernünftigen System seid, wie ihr, wie euch diese Marktphase nicht den Hals brechen wird, dann unter dem Video eintragen. Genau. Ganz wichtig, ja, weil... Kostenfreies Beratungsgespräch buchen. Genau, kostenfreies Beratungsgespräch buchen, kommt zu Bosbach Consulting und wir helfen euch dabei, weil unsere Kunden gehen nicht zugrunde an dieser Marktphase, ja. Also ich will nicht sagen, dass sie es nicht spüren, spüren, denke ich, tut es jeder, keine Frage, aber es ist halt eine Frage, wie man damit umgeht, ja, und wie man das handhabt, wie man das handelt und was für wirklich Auswirkungen das hat, bei dem einen Fatale, bei dem anderen eben nicht. Ja, wir haben ja das Beispiel gehabt, wir waren ja mit unserem Unternehmercoaching-Teilnehmern jetzt auf Mallorca und da war auch einer dabei, der sagt, boah, Nachfrage total eingebrochen, ja, und da haben wir dem noch an Ort und Stelle ein paar Tipps gegeben und die hat er sofort umgesetzt und zack, hat direkt 14 Anfragen gekriegt. Sofort, klack, ja. Also das heißt, wir wissen schon, ich weiß schon, wie das Business funktioniert, ja, weil ich halt richtig hinschauen kann, weil ich halt richtig erkenne, wo was wie falsch läuft. Also, Bewertung in der Vergangenheit ist ja häufig eben Pi mal Daumen gemacht worden, nicht wirklich detailliert, sehr großzügig und nach dem Motto, ja, wenn du dich ein bisschen verhaust oder wenn du ein bisschen großzügiger bist, kommt halt trotzdem Nachfrage, ja. Also der Preis ist eher nach oben gegangen als nach unten, also zumindest mal stabil. So, und genau diese Strategie, die geht halt nicht mehr so einfach, ja, also und die coole Botschaft bei uns ist halt, dass wir noch nie anders gearbeitet haben. Das heißt, bei uns, unsere Kunden, unsere Mandanten lernen von vornherein, wie es richtig geht. Ja. Und dadurch, dass sie wissen, wie es richtig geht und wie sie auch ein richtiges Gespräch aufbauen und dass sie eben nichts dem Zufall überlassen, wird auch dieser gesamte Bereich der Marktanalyse, so will ich es mal nennen, ich will es gar nicht nur Bewertung, sondern Marktanalyse, da ist die Bewertung ein Teil von, so professionell aufgebaut, dass ich eben zu jeder Marktphase automatisch durch die Arbeitsweise den richtigen Wert bestimme, die richtige Verkaufsstrategie bestimme und aus der richtigen Verkaufsstrategie auch entsprechend ausreichend die Zielgruppe angesprochen wird, die dann wiederum am Ende des Tages nachfragt und Interesse hat, ja. So, das muss man einfach verstehen und eine Sache und ich glaube, damit kann man es auch für heute tatsächlich hier auf den Punkt bringen, also der erste Punkt ist, so Pi mal Daumen, Mist, funktioniert nicht, ja. Jedenfalls nicht dauerhaft und schon gar nicht, wenn du nicht in die Kreisklasse abrutschen willst. Punkt Nummer zwei, den Leuten irgendwelche hohen Werte zu versprechen, geschweige denn. Ich glaube, wir können es eigentlich ganz einfach mit der Eingangsfrage abschließen. Ja. Würdest du zu deiner eigenen Bewertung selber kaufen? Genau. Punkt. Ja. Lass mich trotzdem noch den Satz zu Ende bringen und zwar zweitens auch dieses höher irgendwas aufzulegen, einfach um dem Verkäufer irgendwie, ich sage mal, so einen schönen Magic Moment in dem, wenn man den Auftrag macht, zu lassen. Ja. Das ist einfach, also ich sage jetzt mal ganz ehrlich und das haue ich jetzt auch noch raus, weil mir das wirklich auf den Sack geht, das sage ich ganz ehrlich, ist die Thematik Verantwortung oder Schuld ist nicht nur dann, wenn es einem bewusst ist, dass man eine Schuld hat, sondern auch dann, wenn es einem nicht bewusst ist. Also wenn einer da draußen nicht in der Lage ist, eine Immobilie vernünftig zu bewerten, hat er aber trotzdem Schuld. Ja. Und er ist derjenige, nicht der Verkäufer, weil der einen Wunschwert hat, ja. Aber er ist ja der Nichtwissen, der Verkäufer hat ja keine Ahnung. Exakt, so das heißt, der Makler hat die Schuld, wenn der Verkäufer die Kohle verbrennt, ja. Punkt aus Ende, da gibt es überhaupt gar nichts. Er hat die Schuld, ja. Und da muss er eigentlich auch mit leben. Normalerweise müsste man ihm echt eine reinsemmeln und normalerweise müsste man ihn sogar, ne, also sagen hier, pass mal auf, du musst deine Vermögensschadenshaftpflicht einsetzen, weil den Bockmist hast du gebaut. Du musst es besser wissen, du musst es wissen, ja. Also Abweichungen, okay, das kann man nie 100% sagen, das hat was mit Objektart, mit Lage, mit Mikrolage, mit zu vielen Kleinigkeiten zu tun und Feinheiten zu tun, das ist okay. Also das kann man nie 100% eine Punktlandung machen, ja. Abweichungen vorbehalten, aber nicht so dramatische Dinger, das geht nicht. Und da muss man Klartext reden, da muss man ordentlich sprechen. Wenn man das nicht kann, dann gibt es nur eins, Lernverkaufen. Yes. Lernverkaufen, lern endlich vernünftige Beratungsgespräche zu führen, lern endlich deinen Kunden ordentlich zu closen, ja, mach klare Ansagen und hör auf, hier so eine Leier abzuleiern, ja, und so einen Kindergartenscheiß zu machen, ja, aber klare Ansage jetzt an die Maklerbranche, ja, Schluss mit lustig jetzt, Feierabend, ja, mach ein ordentliches Business und hör auf mit dem Mist, ja, das geht nicht. Geil, finde ich cool. Ja. Gute abschließende Worte. Genau so ist es. Und wenn dir das Video gefallen hat und meine Ansagen angekommen sind bei dir, dann, wie gesagt, jetzt hier unter diesem Video kostenfreies Beratungsgespräch. Wir meinen es auch nicht böse, wir meinen es nämlich wirklich gut, weil die Maklerszene muss professioneller werden. Wir sind Experten, ja, und nicht irgendwelche Wegelagerer, ja, die irgendwelchen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Das war das Erste. Und vor allen Dingen genau jetzt ist an der Zeit, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Und einen Daumen hoch für dieses Video, schreib was in die Kommentare rein, folge uns auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram und TikTok. Und wir freuen uns auf dich in diesem Sinne. Mach's gut.